Juhu! Wahoo! Und damit... Hallo und so. Zwei, drei, drei Folge. T-T-T-Time. Und heute sind wir dabei. Zippy, Anna, Frigo, Eri, Molly, Dado, Carol und ich dir auch schönen Tag. Tschüss. Also ich bin weg. Oh nein. Tschüss, tschüss. Das hier... Da ist wirklich kein Fenster. Oh no. Oh nein, ich kann meine Waffe wechseln. Sie sieht gleich aus. Aber dann brennst du oder nur das... Oder hast du dich verbrannt? Ich hab ein Stückchen Papier zu vergeben. Ist das gut? Ah, da hab ich was drudelt. Ich würde irgendwie interessieren, was passiert. Hä? Was ist? Er ist gestorben. Ich versuch hier zu warten, bis das Feuer weg ist. Warte, da. Wo brennt es denn? Oh, da ist ein T-Tot. Oh, wow, Eri. Wow, Eri. Bist du ans Feuer gestorben oder was hast du immer? Okay, warte. Möchtest du ein Stück Papier haben? Ja, ja, wirklich, ja. Ein Stück Papier? Ein Stück Papier. Nob, nob, nob. Esspapier ist super. Oh. Esspapier ist wirklich geil. Oh, ja. Das hab ich lange nicht mehr gegessen. Oh. Anna! Jetzt ist jedes Mal, wenn ich eine Packung so seh. Josch! Okay. Dann ist Anna am Geschenk. Was doch immer da steht, ist eine Lübe. Das ist eine Lübe. Tor sei! Erich ist jetzt am Leben! Oder bes occupied hast du damit. Ja! Jörg. Josch, du hast doch Devil nen Vertrag gegeben, ne? Hä? Andersrum! Äh, andersrum mein ich hier. Oder? Du hast den Vertrag von Devil aufgesammelt. Ja, 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 ja. Okay, dann kann ich ihr auch trauen. Ja, Anna ist auch richtig. Ja, ist Josch, und das? Irgendwie ist, ist Daylou, glaub ich, gerade explodiert. Ja, Frego ist, äh, und Carol ist wieder am Leben, okay. Daylou ist, äh, bestätigt, tot. Da hat Frego gerade Carol wiederbelebt? Aha. Wer ist da? Das ist Devil. Achso. Ja gut. So. Hm. Das heißt, irgendwer von den dreien... Stopp, 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 stopp! Oh! Aha. Der ist ja mal gestorben. Nö. Mal confirm. Seppiii! Warum kann ich mich, Danny? Nein! Der Dreck-Noob. Warte, was? Wir hätten das noch besser machen können, äh. Mal kurz... Ich wollte eigentlich Seppii töten. Stopp, 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 stopp. Rigo, warte mal kurz, warte mal kurz. Ich muss dir was zeigen. Kennst du den Trick schon? Josch, ich möchte nur sagen, ich bin Spi, Frego, oder einer der anderen. Schmeckt mir egal. Den kann ich tatsächlich noch nicht, das war ziemlich nice. Aber weißt du, oh Gott. Oh, den Erik kannst du abschießen. Ich wollte, ich wollte eigentlich, ich war kurz davor, Zap abzuschießen, damit ich, äh, damit ich Dings wäre. Carol hätte Molly anschießen sollen und ich hätte Molly zum Sidekick gemacht. Das war mein, das war mein Plan, so. Das wäre cool gewesen. Riesen-Jekyll-Team 2.0. Richtig, genau, das war der Plan. Aber mit nur einem Deckel und nicht zwei. Ja, aber es ist eine Kette. Ja. Human Centipede auch, aber da muss nicht jeder Fan von sein, ne? Ego. Naja, der ja schon. Der ja schon. Haben wir ja gerade schon geklärt, ne? Wow, wow, ist okay. Warte. Hi. Hallo, danke fürs rauslassen. Warte, als Belohnung bekommst du sogar was. Sag mal her, sag mal her, du kriegst du als Belohnung was. Alles, das kann ich tun. Oh, fein. Ich bin Priester. Hier. Priester? Ähm, Daylo, warum hast du denn vorher rausgeholt? Ich habe jetzt schon mal Frigo in meinem Team. Wen kann ich denn noch in meinem Team holen? Oh nein. Nein, warte, ich wollte von hinten hinten. Oh, okay, sorry. Das Zugriff, Zugriff. Carol, Carol, Zugriff, Zugriff. Du, 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 du. Ich kann nicht mit der Holy Dingle auf sie schießen. Dann bin ich tot. Ist okay, ich, ich brauche nur irgendwie Reisen mit Leben. Ah, hi. Hi. Was? Was kommt denn noch eigentlich? Ach, das könnte klappen. Ich brauche Molly. Ich brauche Molly. Sie ist kein Pirate. Molly, bist du Inno? Nee, sie hat gesagt, hi. Ich schieße auf Molly. Okay, Molly. Wow. Aber Carol ist ein bisschen verdächtig. So, also ich habe jetzt zwei Leute in meinem Team. Wenn es ein Jekyll gibt, ich weiß ja nicht. Oh, warte, wo bist du? Hier, schließ mich ab. Ich kann gerade noch nicht. Ich muss noch 30 Sekunden warten. Ich habe gerade schon Molly Schmolli in mein Team geholt. Okay. Kein Jekyll, das ist ziemlich traurig. Da. Kann man Ihnen helfen, Bello? Nee, ich habe nur Angst vor Ihnen. Was? Bitte, 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 bitte. Ich will ihre Freunde von der Karte ein bisschen wehtun. Oh. Jo. Hast du mich gerade angeschossen? Nö. Nein. Okay. Ich habe nämlich von hinten gerade 50 Schaden bekommen. Ah, Josh, Josh, Josh. Ja. Komm. Gib mir deine Kraft. Wo bist du? Oh. Gib mir deine Kraft. Hier, hinter dir. Zurück, zurück. Ich bin angeschossen. Hilfe. Was macht ihr denn hier schon wieder? Meine Bruderschaft ist groß. Ich kann nicht gleich schon sagen, wer die bösen sind, ne? Aber... Hallo. Wer hat mir mein Frigo geklaut? Guck mal, guck mal, Anna. Äh, falsche, falsche Diegig. Ähm, what? Okay. Was passiert hier? Wer hat hier raus? Natura? Anna ist tot. Ach, Turtles. Ach, der, der. Ah, Natura. Schildkröten, Schildkröten! Oh nein. Schildkröten! Das ist Schildkröten! Das sind für mich nur bewegende Eros. Die sind alle beide böse da, ne? Anna. Ich warte nur, dass die Schildkröten... Die haben jemanden aus unserer Bruderschaft getüttet. Ja. Pater Deylo. Für den asiatischen Zweig unserer Bruder. Wie konnten sie das nur tun? Das Gras, das Gras meckert. Oh nein, es ist ein Gras! Ach, scheiße, das bist ja du. What? Okay. Huh! Sie sind zu schnell. Wem hab ich denn gerade abgeschossen? Oh, Anna. Ich hab deinen Namen... Achso, oben ist er. Deppi! Hab ich... Oh, scheiße, Deppi. Ich war halt auch noch Spy. Ja, das war so. Und ich schieb vor mir ein und ich so... Okay? Nope. 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 Sie ist tot. Ah! Wer ist tot? Ich? Nee, die Turtle. Achso. Oh, ich hab endlich mal was anderes gemacht. Oh, nice. Schöne Laffen. Danke. Jo. Oh, da schießt du niemand, da war es doch irgendwie nicht angeschossen. Warum müssen alle schießen? Weil wir es können! Wir hast... Wir haben Laffen! Wir wollen Verwirrung! Wir wollen Verwirrung! Wir wollen Verwirrung! Ich glaube, wieder ein Stück Papier abzugeben! Ja! Ich will es wieder an! Gib's mir! Ja, ich bin da, ich bin da! Ich glaube, das lohnt sich. Leeg! Da ist schon wieder ein Newton-Schiri! Was? Ich fühl mich hier arg bedrängend! Ich fühl mich hier arg bedrängend! Ich fühl mich hier sehr arg bedrängend! Ja! Sein Test heißt jetzt immer Schiri! Wie wohnt das Papier ab? Nein! Mein Schatz! Mein Schatz! Nein! Dein Schatz? Mein Schatz! Der Aufwand hat sich verkleinert! Ja! Ich würde gleich den Schatz annehmen! Du, es ist eh! Gib's mir! Ja! Ja! Ich finde es! Ach man! Glaub mir! Das ist die beste Wahl, die wir treffen haben! Ja! Oh! Da war jemand tot! Da war jemand tot! Autsch! Hier ist auch jemand tot! Ja! Oh Gott! Puh! Nein! Au! Mit Glück! Au! Ach! What the fuck? Was?! Warum?! Äh! Ich hab doch noch gelebt! Ich hab doch noch gelebt! Ich hab dich zum Ding gemacht! Zum Sidekick! Und dann kam noch Anna dazu! Wieso hab ich... Nein! Deswegen wurde ich nicht instant überschrieben und hab die Runde verloren, obwohl ich noch am Leben war! Weil er ausgerechnet dich überschrieben hat! Wärst du gestorben, wär ich noch zum Jackal geboren! Aber so nicht! Hä? Ach so! Ich hab mich derzeit gewundert, warum die Tür nicht aufgeht! Hahahaha! Das war gut! GG, Alter! Hä? Das ist doch immer super! Witz! Hab ich nen Scheiß Ohrwurm! La 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 la! Traitor! Ich! Nehmen die Vampirrolle! Und das find ich sehr toll! ERI! Warum bist du wunderbar? ERI hat mich an geschubsched! Nein! Kann ich immer noch! Herr Delo hat gerade ein latz Nein gebrüllt und es fiel uns Schuss! Heereeer ist böseer! Ich hab Molly grad zum Steppchen gemacht! ERI! Warum hast du das getötet? Er hat mit der Kolon-Digga geklossen! Oh! Dürf die hier vielleicht mal raus! Entschuldigung! Wenn unser Detective nicht mal Fenster einschlagen würde... Ich bin kein Detektiv. Au. Ich bin ein Hilfs-Shadow. Achso. Hä? Ist trotzdem gut. Ist trotzdem gut. Alles gut. Au. Eri ist nicht gut. Warum schießt das nicht? Nicht gut. Immer wieder Zombies. Au. Miau. Eri. Nicht auf mich schießen. Das ist gut. Hüße. Oh. Oh Gott die Hexe ist wieder. Oh nein oder? Oh. oh ich hab das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse oder eher verpasst hast, glaube ich aber willst du jetzt schon wieder schnell anfangen oder was? Wer lebt denn von euch noch so? Ich hab keine Ahnung, ich suche halt die ganze Zeit nur Leichen und so sehen wir doch alles lebt. Oh. Okay. Danke für deine Mithilfe. Sehr, sehr gerne. Ah, hier noch einer. Ja? Ja. Ich bin ja auch tot. Scheiße, vergiss das. Hallo. Ich bin so verwirrt. Wieso hast du noch... Was ist das? Gibt es überall Leichen? Ah! Erschrocken. Ah, wo bist du? Ich bin außerhalb des Hauses. Das seh ich gerade. Oh mein, Eri. Nein, ich! Hast du Aim-Bot, Junge? Ich hab das Icon nicht gesehen. Ich hab nur Schüsse gar nicht so, oh fuck, ich muss jetzt Eri retten. Und bin ihm so entgegengestürmt. Und dann seh ich die... Die ersten, die ich gesehen hab, war so reflexartig. Als Zombie hast du ja nur noch ein halbes Gehirn. Dementsprechend hab ich da einfach direkt drauf losgestochen. Und dann war Eri leider tot. Und dadurch halt alle infected Zombies auch. Das war so geil. Das ganze Storm-Off. Einfach lila. Das erklärt so einiges. So instant auf einmal alle schon. Äh? Ja, wie gesagt, weil Eri gestorben ist. Als infected... Es wär schön, wenn alle so irgendwie aneinander gewesen wären. Und man sieht einfach, wie alle unterhalten. Jaaaa. Das wär voll cool gewesen. Richtige Fiesta. Bitte gehen sie weiter. Aha, Prigo. Prigo. Bitte gehen sie weiter, ich fühl mich sehr bedroht von ihnen. Moment, Moment, ja? Alles gut? Ne, falsche Waffe. Jaja, gönn dir, gönn dir. Ich find ne Dose vor ner Waffe, das ist auch interessant. Äh, hier markt jemand. Äh, äh, äh. Dahlio ist Marker. Dahlio. Was ist Dahlio? Dahlio ist Marker. Dahlio. Dahlio. Holt ihn euch. Töten, töten. Ich beschütz dich. Dahlio. Brutz mich an, sprech mich an. Dahlio. Hä? Aua. Hier ist ein Marker noch mit drin. Könnt ihr das woanders machen und nicht in der Aufnahme? Wer war denn jetzt Marker? Ey, da muss ich weg. Dählo? Dählo ist Morker. Dählo ist Morker. Dählo ist Morker. 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 Oh nein, Dählo. What? Als ob. Als ob. Das geht mal. Wow. Es gab... Das ging mir zu schnell. Ja, alle sind mir halt reingelaufen in die Knarre. Habe ich auch gemerkt. Ach man, dieser blöde Marker. Ich hasse die Rolle. Außer wenn du sie selbst bist. Ne, ich hasse ich auch wenn ich selber bin. Die saulangweilig. Dich ist der Marker halt echt nicht gut. Weil, wenn der Marker irgendwelche Leute abgeschossen hat, müssen die Traitor einfach nur aktiver werden. Dann hat der Marker schon verloren. Ja, ist halt wirklich so. Wer schießt denn da außerhalb dem Heft? Oh. Frigo. Ich bin total disabled. Entschuldigung. Frigo in Ruhe. Was? Du? Dann vergiss es. Oh. Ich hab'n Stück Papier. Das ist nicht verstanden. Deswegen hab'n Stück Papier. Ja dann ist okay das alles. Stück Papier liegt da. Oh, Stück Papier. Nein. Oh, was denn? Oh. Oh. Ich hab'n Stück Papier. Oho. Ah. Verdammt. Was ist das? Ich bin gemarkt. Danke. Haben wir ja natürlich wieder einen Marker oder was? Ja. Ernsthaft? Ja. Also ich finde du siehst sehr verdächtig. Oh. Ne, warte. Dann mal stehen. Wer hat denn den Marker? Verdächtig. Trigo, Trigo. Nein. Carole ist verdächtig. Habe auf. Ich bin nur rumgelaufen! Ja, das ist verdächtig. Oh Gott! Boll! Also, das ist Frigo. Das hab ich doch. Nein, das ist doch mich! Frigo ist es! Äh, Josh ist es! Ich bin Survivalist! Wunder, 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 wunder! Frigo hat einfach nen Pirate gemacht! Josh ist es! Nein, Josh! Oh, sorry! Glaubt ihm nicht! Warte! Könnt ihr mal Frigo konfirmen? Danke! Du ist mega, was du sagst! Ja, aber wo ist denn der Marker? Kann man die überhaupt zerstören? Nein, 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 nein! Ich hab's ernsthaft Possessed? Ich hasse dich. Okay. Das ist mega. Ach, Hanna! Hallo! Ach, komm schon! Ich wollte grad Spaß mit dir haben, Josh. Ach, Devilver-Marker! Ah! Ja! Ich hab's richtig! Alter, Schwede! Zwei Marker! Niemand hat gesagt, wer Marker ist! Nee, weil das keiner mitgetöchtert! Ja, das war schon ein bisschen traurig! Nee! Deilo hab ich einfach so random! Alle haben sich gegenseitig umgebracht, was halt gar nichts bringt, wenn Marker unterwegs ist! Beim Deilo hab ich random einfach aus dem Stall raus gemarkert und er hat sich mitgekriegt! Ich bin danach auf Stumpf daraus wieder vorgekommen! Ja, weiß ja! Meine Sinne sind nicht so gut in der Nacht! Der ist schon nacht! Wir haben nur nacht! Nein, Deilo sind nicht so gut, wenn er nackt ist! Achso! Ja gut, das erklärt's! Wir wissen ja alle, dass Deilo immer nackt ist, wenn er TTT mitspielt! Moment, Moment! Das war ich lange nicht mehr! Ah! Uh! Wer einen Piraten hat einen anderen Tag? Hier! Ich bin Bodyguard, das heißt, du wechselst immer mit mir das Team! Oh nein! Oh Gott! Das hört sich zwar sehr interessant an, aber ich glaub das nicht mehr! Möchte jemand noch? Ich hab noch eine Rolle zu verteilen! Echte denn? Ähm! Nimm Molly! Nimm Molly! Den hast du mein Name! Nur zur Info! Ich bin die Team von Ferrari! Oh Gott! Scharf! Nein! Ferrari war das Deine! Naja, ich hab keine Bären! Fall ich denn zusammen? So! Okay! Ah Frigo, wir haben hier aus als Scharflänker! Ich muss sagen, das fand ich ziemlich okay! Guck mal die Bananen sind doch ganz weiss! Ich muss da hinwerfen! Ähm! Ich muss sagen, ich fühle mich nicht! Ich komme hier nicht durch! Weck mal den Bananen! Oh! Halt mal kurz ein! Ach Frigo, ist böse! Nee! Oh, ich verbrenne! Verdient! Ja! Ein Bild ist ja fast gestorben von meinen Augen! Hm! Scheiße! Das ist nicht meine Schuld! Wo ist der hin? Äh! Erii! Ja! Ich hab Frigo getötet! Erii! Nein! Wer von den beiden? Wer war... Wer war's? Wer von den... Wer von den beiden ist äh... Äh... Sepp! Nö! Ach Sepp ist der andere! Also, halt... Frigo war ein Teil! Ich bin's frei! Ja, okay! Dann... Gut! Zu wissen! Ja! Dann war es Survival-Wisch! Geht ihr denn nicht so... Ich weiß halt nicht, wer deine Tee-Kollegen sind! Und ich weiß nicht, was Frigo war! Ja, es lebt nur noch Sepp! Ach ne, der lebt wieder! Nein! Nein! Du weißt doch nicht, wo ihr seid! Zeig deine Ecke! Deine Ecke! Ich bin dein Bodyguard! Uuuh! Ich bin nicht dein Bodyguard! Hahaha! Schaap! Oh! Shit! Hm! Uff! 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 Was ist passiert? Wo ist das? Was war das? Was ist passiert? Ich hab Molly die ganze Zeit gesucht, aber nicht gefunden! Dann konnte ich dich kaum beschützen! Ach du warst mein Bodyguard! Ja! Deswegen sagte ich so, ja schieß Molly ab! Dann bin ich wenigstens im größeren Team! Okay! Ich bedanke mich aber auf jeden Fall für... Also, Molly abschießen im Sinne von zum Sidekick machen! So! So! Ja! Ich bin ja Priester! Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Zuschauen! Ciao! 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 Ciao!